Berlin. Gesundheitsminister Lauterbach will nun doch, der sich mit Corona anstecken hat, Mut für sich blieben. Der SPD-Mann hat in der ZDF-Ansicht, weil die Gesundheitsministerkonferenz fast leicht hat, das Geld nicht. Doch hat er täten, von Mayob an können Corona-Kranke für sich blieben, sei müttert aber nicht. Lauterbach mei nu, dat teiken, dat ein kranken Mensch, dat für sich selbst ut wählen kann, dat wär gräßig. Von dat, wat der Gesundheitsminister's afsnackt hebt, blift bloß noch der kattere Quarantänefrist von fief doch noch. Berlin. Ein Dach, er dat der Bundestag darüber afstimmt, war dat ein Plicht geben, scheiße gegen Corona-Impfen-Toloten, liegt ein Nähnfürslag auf dem Tisch. Ein Reich Parlamentariers will ein Gesetzplan oben wegbringen, mit ein Plicht für Menschen von 60 oben an. Die Union will auch von diesen Planen nix wetten und blift wie ein Stab-für-Stab-Plan. Das ist erst den Aktionen in Gang, wenn die Krankenloch leger ward. Kiew. Die russischen Truppen in der Ostukraine kriegt wohl mit mehr Macht an. Der ukrainische Präsident Zelensky hat von morgen in ein Videonorricht durch Bericht von geben. Er verlangt von den Westen mehr und strengere Strophen für Russland. Die Bundesregierung hat kündigt, sie kijkt sich an, wat noch mehr Waffen an der Ukraine lebert waren könnt. Der USA schickt all Schutzkledosch gegen chemische und biologische Waffen nur der Ukraine. Berlin. Die Bundesregierung will, das Gauer mehr, nur was in Energieorten brugt ward. Wirtschaftsminister Habeck legt in ein halb Stundenstiten Paket mit ein ganzer Reicht Punkten um den Tisch von das Kabinett. Woher Obdol will? Bit 2000 datig schuld nicht weniger als tachentlich Prozent von den deutschen Strom und Energien kommen, die jüngers von selbst, wer da da sind. Bit 2005 und datig schuld dat meist 100 Prozent wehen. Der Geld dafür kommt ut den Klimafond, in den sie just 60 Milliarden Euro vom Tau rin geben hebt. Oberhammel Waden, wie Elsflied, is empor ad bohren, dot fun won. Wo so die beiden, der in dot on a air gemanest legen hebt, is noch nicht klar. Sie werden so wat tiny or old und haren all mit Bröden anfungen. Fachlüt meint, dat kann nicht angehundert, beide Vogels to glickertid ob natürliche Ort to do de kom sind. die Fiefeier entnässt, wat nu künstlich ut bröd, wat doa nu noch wat von wahren kann, is nicht klar. Ob wo ans so dat metat wer om Tau ut op stons heb, wie in Bremerhoben und Friseite, negengrot in Bremen und Ropenburg so dat tein grot. Von doch Wolken über Wolken an de Küste regent dat von Frööp an und des Regen trekt an de Omedach, denn ook not bin Land drin. Dat Thermometer krabbelt op negen, bet 12 grot, de Wintertor weit frisch, an de See ook met Stormböen von de Südwesten kant. To kom nacht, erst Wolken, de ook Regen metbringt, no medanacht schuert dat meer, dat ganze bi acht bit seben grot. Morgen von 1 Watt mit Wolken und Schuhewehr an de See ook mit Grisselgrussel bi Blitze und Donnerslach. Dem blauen Heben krieg wie bloß Kottmull to seen bi acht bit negen grot. Dat wen de Norich nu platt recht mogt om Föhlis von Reinhard Goelz, Tobsteltetjem, Carsten Putz. TV Gelderland 2021 TV Gelderland 2021